Moin Moin willkommen Wir spielen wieder eine Runde OioModge9 und wir haben hoffentlich ordentlich Ressourcen bekommen Acht Stück, wow Okay, ich glaub ich mach mit Mobgrinder Weiter Und damit's nicht nervig wird Setzen wir das hier unten, äh hier hinten hin Und damit's nicht nervig ist Oh Dann überarbeiten wir das einmal Oh Okay Mist So Ja Ähm Das haben sie mit eingefügt Und Äh Hier Das alles haben sie mit reingenommen Oh Oh Und Okay Conduits mit drin Aber was ich gesehen hab RF Ne War das nicht irgendwas mit Infinity Welches Gartending Warte mal Wir können doch hier jetzt einfach mal eben Nein Och jetzt hab ich schon wieder den Server runtergeladen So Solar Flux Reborn Zu Solar So Programm Forge Woodwalkers haben sie rausgenommen Und Crafted Core IA Capfix RS Infinity Booster Und Immersive Engineering Du meinst die Garten Ah ja Die Garten Glotches Äh So RS In Gott sei Dank Die Range Booster Die haben mir echt gefehlt Das war das Und was haben sie noch mit reingebracht Ja Recipes Geändert Add it to the tag ATM Sky Doppel Punkt Kann man da noch suchen Nö Äh So Ich glaub aber damit kann man NB NBT Sachen filtern So So Oh Gott Ja Gott sei Dank Okay Ich hab mit Neo Forge noch nie gearbeitet Also deswegen kann ich das überhaupt noch nicht sagen Aber es soll noch mal eine Nummer Besser werden Also noch performanter sein Und da Äh Ja Das wird aktiver weiterentwickelt Irgendwie sowas hatte ich gehört Aber da bin ich Oh nein Siehst du es Das One Probe ist Zur Seite gelegt worden Geht ja mal gar nicht Lila Style Hätt ich Äh Blankful transparent Ja Gut Kannst du wieder Gates Genau So Äh Mob Verdammt Oh Oh Ah. Ah, also am Anfang habe ich ein Lagerfeuer genutzt, dann habe ich ein Lava-Bucket genutzt, dann habe ich einen Uranium-Block genutzt, den ich da einfach drunter gestellt habe. Und jetzt habe ich ein Superheating-Element und das bringt das Ganze hier auf das 60-Fache. Und der nächste Schritt ist dann, dass man die Buckles einfach übers Heats herstellt. Ich wollte den Süden. Moin, Scholz-Olf. Äh, Olaf-Olf. Okay. Hast du mal geguckt, ob du einen Nether-Block irgendwie bekommst, dass du den zumindest anzünden kannst? Äh, Tintet. Wieso wird das nicht produziert? Tintet. Tintet. Äh, Obsidan Dust? Müsste das nicht hier irgendwo drin sein? Wo habe ich denn das Obsidan Dust reingepackt? Äh, Ups. Okay, also ich würde an deiner Stelle so lange Deep Slate farm, bis du einen neuen Uranium in Götz herstellen kannst. Ah, Enrichment Chamber. Nicht Idiot. Ach ja, und die haben noch was geändert, was ich sehr wichtig finde. Und zwar den Flux Dust. Und zwar... Kannst du das jetzt auch einfach auf dem Boden herstellen? Das ist richtig, richtig gut. Oh. Eh? Wie soll das denn funktionieren? Hatten die nicht hier irgendwas geschrieben? Oh Gott, ATM Hardcore? So... Irgendwo war das doch... So... 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 Ja... 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 So... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, Battlestone Okay Gucken wir doch mal eben in den Auf der Modseite, ob da irgendwas zusteht Warte, ich lese mir das nochmal eben durch So Change Flux Networks, Dust Creation From Crying Obsidian to Compressed Obsidian Also Rackfarm ist noch schwerer als gedacht, ja So, warte, ich wollte jetzt mal auf die Modseite bei Issues gucken Ah, fuck Ah, vor vier Stunden gemeldet So Laser Rack Ja, deswegen habe ich jetzt zum Beispiel mit Mystical angefangen Weil du es Über Barrels umsetzen kannst Aber die finde ich zu laut Oder hier über den Extruder Obwohl Guck mal, das wurde auch angepasst Das ist ja Du brauchst Gravel, zweimal Lava Und dann kannst du den rausziehen Das wäre vielleicht ein Anfang Oder hier über Den Ignorius Das wäre vielleicht ein Anfang Hey. Okay. Oh. Guten Abend. Nee, heute mal nicht. Ich habe keine Bereitschaft mehr. Ich musste nur eben gestern ganz fix einspringen, weil ich leider derjenige wohnt, der äh, derjenige bin, der am nächsten am Arbeitsstandort wohnt. Wie ist die Mann da? Ja. Oh. Okay. Nee, ich bin schon seit 18 Uhr wieder online. Ich bin schon seit 18 Uhr wieder online. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, das Update habe ich schon gefahren. Ja, würde ich auch so. Oder habe ich auch am Anfang so gemacht. Und jetzt will ich das über Mystical umsetzen. Oh, Profäler. Oh, Profäler. Oh, Cursed. Hopp. Da haben wir es doch. Oh, Cursed. Oh, Cursed. Oh, Cursed. Okay. Was stand denn in dem Bugtracer drinne? Und, was ist dein Name? Ich denke mal dass da auch ein Update kommen wird. Vor allem auch auf Hintergrund mit dem... Wie heißt das gleich noch? Mit dem... Das ist mir zu laut. Kann ich nicht nachdenken. Das mit dem Fluxdust. Das wird hoffentlich schneller behoben. Ja, genau das meinte. Okay. Ja, je nachdem was du reinpumpst. Aber es wird halt beides gleichzeitig verbraucht. Was natürlich echt nervig ist. Und mit dem Ignius Extruder behältst du das heute. Ich versuch' es. Die Tle. Ich versuch' es. Warte mal. Ich versuch' es. Das ist mir dabei. Ich versuch' es. Ich versuch' es. Chloe? Okay. Hallo. Ja, habe ich zweierlei habe ich getestet. Ich habe Compressed Obsidian genommen, zweifach Compressed und ich glaube sogar dreifach. Obsidian, zweifach, okay, wir könnten jetzt noch dreifach testen. Das hat nicht geklappt. Ja, thank you, but if you want to sell me something, I'm not interested. So, und dann gucken wir doch mal, ob sie da ein vierfach... Ja, I'm not interested, sorry. Okay. 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 Der blöde Button hier Ja so permanent die Band Was sind das für nervige Leute Was hast du falsch getan Sorry das ist eigentlich nicht lustig Das kam jetzt sehr random Wow Das darfst du doch nicht fragen So wo waren wir Außer als wir abgelenkt worden sind So ich habe rechts und Rechts und links klick Beides auf den Obsidan Block gemacht und da ist nichts passiert Leider steht ja auch nicht bei Was du brauchst Ich habe zu wenig Yo Ja Compressed Ich weiß nicht ob gibt es noch anderes Ich habe das Entschuldigung Ich habe zu wenigstens Drei Zu dem Ich habe zu wenigstens was ich bin Aber das ist Aber das ist ich habe zu wenigstens dann taucht hier ich glaube die haben da ein bisschen was durcheinander gebracht ja genau in der note stand nur kompress ich denke mal die haben hier irgendwas verhauen weil wenn du ob sieht eingibst meinigen level kann ich verstehen aber auch steht hier in der beschreibung okay so stehe ich nicht auf ältere und 20 für frauen als kerle kann ich nachvollziehen und ich auch also ich hab's ja auch versucht in die luft zu schmeißen aber das hat auch nicht geklappt das ist alles so random ja linkfan erzählt uns gerade über wie es ist ein sugar daddy oh gott das ist so falsch aber erst mal guten abend äh was wollte ich machen ach komplett falsch hä warum krieg ich denn jetzt schaden äh ich glaub weil ich eine rohe kartoffel gegessen hab oder weil ich chew jelly gegessen hab äh ich glaub ich sollte block allow dann nur toastbrot ähm äh hier war grad einer drinnen der wollte uns wollte mir twitch grafiken verkaufen und ist dann voll ausgerastet und äh äh link hat sich darüber lustig gemacht dass bei mir komische leute ankommen und bei äh ihr sie es ihm ich hab keine ahnung also bei link dann halt ein 70 jährige der sugar baby haben will genau alles ein wenig hart verstößt glaub dann doch wo ist wo 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 Ja, das ist echt nicht mehr feierlich. Das ist echt nicht mehr feierlich. Ähm, ich guck grad warum bei mir noch offline steht. Ah, okay, neu laden hilft. So, ähm, ich will gerade bei Mobgrinder den Grinder bauen oder den Mobmesher. Und zwar will ich Zutaten, ups, Zutaten bekommen für die Lillipads of Fatality. Oh, die haben das Shiften von denen weggenommen. So, äh, damit sollte das eigentlich klappen. Vor acht Minuten, was? Change Version. Ah, das muss dann wahrscheinlich wieder von Cursed, ähm, aktualisiert werden oder angenommen werden. Ach, machen wir hier den Eingang. So, der Grinder, nee. Hopp. Storn. Oh. Äh. So. 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 Und? So. 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 liegt dran, dass das hier unten ist, weil das heilt. Komisch. Ja, oder ich rede einfach viel zu leise. Das könnte natürlich auch die andere Sache sein. Egal, ich mache das Updates erst nächste Version. Ja, ich gucke mal durch. Ich mache eigentlich auch nur Updates, die mich auch wirklich interessieren und da war jetzt halt das mit dem Flachs dabei. Das wollte ich eigentlich ausprobieren, aber naja. So, äh. Cobblestone Stick. Danke. Okay. Da ist es. Okay, dann brauchen wir jetzt das hier. So. Importe. So. Noch ein Stack-Upgrade. Sechs. Äh, Speed-Upgrade. Was habe ich da? Das. Irgendwie ist der Heil doch ein wenig sehr laut. So. 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 Dann hole ich mir jetzt mal Flüssigkeits, wie heißen sie gleich noch? Und das kennen, Fluid, Fluid, Fluid ist genau sowas. Okay, und die können wir dann in einer... die hier rein... Ram? Nee. Ah, kommt doch hier rein. So. Oh. Oh. Und Tora? Oder war das ein Grid? Oh Gott. Das war ein Grid. Und... So. Damit läuft das durch und... Bounty Board. So, getting started. Okay, getting started too. Demonic Seed Okkultismus ist blau. Okay. Auch ihn, Fischer gewinnt. Okay. So. 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 Lava Plus. So. Lava Plus. Okay. Okidoki. Ähm, was wollte ich jetzt machen? Oh, wie viel Seeds. So. Starten wir einmal den, ähm, Autoclicker. Nice. Können wir einfach verbraten. Okay. Äh, wir haben Tast erledigt. Cool. Okay. Okay. Auch ein wenig fragwürdig. So. Hopgrinder. Noch ein. Zwei. Es sollte eigentlich dann reichen, dass da die komplette Fläche mit verwurschtet wird. Oh. 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 Okay. Oh. Und dieser... Oh. Den müssen wir noch anbringen. Oh, ne. Doch. An. Okay, cool. Wie hieß das? Oh, das geht bis sieben. Okay. Fortune One. Okay, Book & Quill. Kann ich die auch noch irgendwie anders herstellen? Inkzack. Von Squid. Okay, dann weiß ich, was ich... Alter. So, was brauchte ich für einen Squid? Äh. Stone, Stone, Dirt und... Okay. Also. Stone. Dirt. Black. Zwei, drei, vier. Und, äh... Buckets of Water. Und was noch? Alter. Delete. Okay. Jetzt einfach... Okay. Cool. So kriegen wir also... Das hat mir einen EMC-Wert von 16. Oh. So. Ich hab's gerade auch nur durch Zufall gesehen. So, äh... Feather. Kriegen wir die auch irgendwie? Hm? Oh. Okay. Picture on Fragment. Kriegen wir... What the hell? Kriegen wir die hier auch noch irgendwo? Chicken Prediction. Okay. 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 sind noch keine Updates drin Fässers haben auch einen EMC Wert External Oh Oh das dauert ja noch ein bisschen okay und dann die project okay 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 So. So. EMC. So. 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 It's a moment mine. So, und was fehlt jetzt noch? Der Coldron. Und der I.L. Der I.L. Der I.L. Der I.L. So. Cool. Cool. Okay. Und ob sie... Cool. Cool. Okay. 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 Und... Okay. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Und, uh, cup. Das war's für heute. So. 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 holen wir uns ein wenig Erfahrung wieder rein. ich glaube ich brauche hier noch ein Stack Upgrade. so. So, Lack. Oh. Mist. Oh. 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 So. Oh. 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 Oh, kann das sein, dass man so Oh. Okay, der kann nicht da rein. Ich brauche irgendwas zum Schmelzen. Hö. Verdammt. Okay, dann stopfen wir da jetzt. Jetzt noch Looting rein. Okay. 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 Damit haben wir ein bisschen Looting. Okay. 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 warten. Oh. Oh, knowledge of death. Oh. 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 So, jetzt brauchen wir noch eins. So, jetzt werden wir noch eins. Das war's für heute. Ja, 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 ja. Okay, ey, ich will doch nur ins Klettern. Ja, 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 ja. So. Okay. 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 Äh, Crafting. Hehe, sauber, dann kriegen wir das jetzt alles rein. So, 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 so. Oh, Slime Prediction. So, ich muss mal eben kurz weg, ganz fix, also eine ganz fixe kurze Pause und wir warten, dass weitere Predictions auftauchen, also geht mir im Moment, bis gleich. So, ich muss mal eben kurz weg, ganz fix, also geht mir im Moment. So, ich muss mal kurz weg, ganz fix, also geht mir im Moment. So, ich muss mal kurz weg, ganz fix, also geht mir im Moment. So, ich muss mal kurz weg, ganz fix, also geht mir im Moment. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, oh. Dirt. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Oh. Brauchen wir eben Energie. Ja, 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 ja. Das ist so. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Damit kriegen wir jetzt nach und nach natürlich echt gute Ressourcen ran. So, jetzt kommt die Ressourcen an. Das sieht richtig gut aus. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 4, 7. Torchmaster war das genau. So, Torchmaster, damit hier keine Viecher mehr spawnen. 1, 3, 5, 7, 6. 1, 4, 5, 7, 8. 2, 3, 7, 9. 2, 4, 10. 1, 2, 3, 7. So. Das. 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 So. Und Granit. Das. 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 So, find. 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 So, So, find. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Dann wollen wir doch mal gucken. Untertitelung des ZDF, 2020 Dann wollen wir doch mal gucken. 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 Schade. Ja, das hört mal gucken. Das kommt immer, das kommt. Das ist so nervig. Und ich, das ist so nervt. Und ich, das ist so nervt. Aber das ist so nervt. Aber das ist so nervt. Okay, das ist so nervt. Na ja, das ist so nervt. Moment, ich, das ist so nervt. Moment, ich, das ist so nervt. Ja, das ist so nervt. Ja, das ist so nervt. Ja, das ist so nervt. Ich, das ist so nervt. Ich, das ist so nervt. Ja, das ist so nervt. Wie geht's dir so? 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 Also hat man da ein bisschen was zu tun. Also hat man da ein bisschen was zu tun. Und wie ist das so spieltechnisch so richtig süchtig einsaugend? Also hat man da ein bisschen was zu tun. Also hat man da ein bisschen was zu tun. Also hat man da ein bisschen was zu tun. Also hat man da ein bisschen was zu tun. Also hat man da ein bisschen was zu tun. Okay, das hört sich mega an. Also dann werde ich da wahrscheinlich auch nochmal reingucken müssen. Okay. 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 Let's go. Ah, kann ich nicht mehr bauen. Ist zwar nicht mein Fall, aber dafür sind andere da und wenn du scannen kannst, dann fühlst du dich... Wow. Okay, und damit machst du dann so gesehen die Production Line. Okay. Okay. Oh, nice. Okay, das finde ich cool. Okay. 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 Und dann gibst du denen einfach Befehle und die machen das so wie ich sag jetzt mal Calvin in äh, Forest 2? ск be 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ah. Ah ok, also, äh ok, ja verstehe ich. Macht Sinn. Nice. Tsk. 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 Ich würde das Holz fällen sagen, auf jeden Fall. Ne, also hat jeder dann so sein Grundwert und dann auch noch, sagen wir mal, eine gewisse Leidenschaft, in der er gut ist. Wie zum Beispiel in deinem Beispiel Bogen schießen und dann kann man das bedeutend höher skillen. Das ist cool. Okay, dann macht es natürlich auch Spaß, dann nach und nach bessere Leute zu suchen. Huh. Das war's für heute. Vielen Dank. Vielen Dank. Pipes. External... Stopp. Stopp. Oh. Forget. So. So. Das... Äh... Bitte... Ist das das hier? Und... Sad. So. November... Dann stellen wir das hier her. Oh. So. 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 Ich muss da auch mal reingucken. So. Wir wollen ja hier... So. Hier. So Zuschauer, ich will dir ja in nichts nachstehen. Deswegen habe ich jetzt dasselbe Projekt gewählt wie du. Oh. Amplifier vier Stück. Sauber. Oh. Oh. Okay. Okay. Let's do it. Das habe ich jetzt erstmal mit der Chest erledigt. Ich bin am überlegen, ob ich das ganze durch Bone Meal den einen noch ersetzen. Ja, okay, dann ist es egal. Da verschwende ich nur ein Bone Meal und einen von den Litter. Da hast du recht. Das habe ich bis jetzt auch so umgesetzt, dann passt das. Okay. Oh, wartet der jetzt hier bis ein Stack voll ist? Das wäre unklug. Ja, er wartet bis ein Stack voll ist. Das erklärt uns. Und wie viel von diesen Insulatorn hast du angeschlossen? Also mit dem Appetit. Oh. Achso. Für jeweils einen, damit du direkt im Crafter auch den Sand herstellst. Ist okay. Ja. Und was für Upgrades hast du hier reingesetzt? 4 von denen oder die Amplifier? Ja. 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 Das habe ich auch einmal drin. Cyclic process. Ja, das hört sich gut an. Ja, okay, ja. Dann werde ich das auch nochmal eben machen. Den Flux mal zwei. Okay, ja. Okay, das macht definitiv Sinn. Werde ich auch so umbauen. Äh, wo die Press. Äh, Thermal. So, zwei davon. Ah, dann bleibt dieses Heats automatisch drin und sauber. Ja. Ich will mal sehen, wie das abgeht. Amplifier. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 graphic arts or something for the stream. nice es geht hier mal richtig geil durch das hier macht richtig nice das prügelt sich jetzt einfach so durch ja gute idee ich wollte jetzt eben die amplifier noch fertig machen und dann lasse ich den crafter da laufen ja ja Und dann könnte man die eigentlich, die Netherseeds, nochmal extra bauen an den Crafter, daraus dann Soul Dust herstellen lassen für die Siebe. Oder man schraubt das Sieb ein wenig runter, dass das nicht ganz so schnell zieht. Ja, die Idee. Trickershells. 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 ja aber die umwandlung von uran in uranit funktioniert an sich bei mir auch echt top über den orb cool wir können das nächste upgrade fertig machen die kompakt und 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 ja also für jetzt am anfang erstmal aber da hast du schon recht könnte sinne bad das noch herstellen für die maximalen upgrades und und Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, endst du. Ach la, warte. Klopst du? So, was brauchen wir denn hier für... Oh, warte. Oh, warte. Oh, warte. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay. Generalized. And prediction herstellen. Okay. So, und ein Block. Was brauchen wir dafür? Vier. Okay. Wir haben fünf. Okay, das passt. So, und so. Extruder. So, wie konnte man das dann? Okay. Okay. Das kriegen wir, wenn wir das... Kriegen wir jetzt vier, sechs, sieben, sechs, vier, vier. Also im Iron Bash. Okay, das war ja mal überhaupt nichts. Ja, ich glaube schon. Das habe ich... Wie habe ich denn die Eisherstellung gemacht? Ach, warte hier. Ich habe... Das müsste... Ja, normales Eis. Ich habe die so gemacht. Sechs Extruder in Wasser gebadet und dann pumpe ich da das Eis raus. Ich glaube, es ist ein wenig zu viel, weil ich habe 250.000 Eis. Und ich habe vier Reaktoren laufen. Ist ein wenig übertrieben, würde ich sagen. Ja. Ja. Ich habe vier Reaktoren. Äh, ne. Aktuell ohne. Aber... Das wäre auch noch eine Maßnahme. Ich habe ganz normales Eis. Drei Eis wäre dann der nächste Schritt. Dann würden die noch effizienter laufen und noch weniger verbrauchen. Wieviel Power braucht? 30.000. Das geht eigentlich übelst schnell dann. Könnte man mal eigentlich eben umstellen. Soll ich... Ich habe wirklich... Und dann kommt das Secy Vielen Dank. Ich bin gespannt, wann die da hinkommen. Das wird ewig dauern. Eins, zwei, drei. Ah, wie hieß das noch? Crash. Hammer. Aber gegen die will ich jetzt nicht kämpfen. Um... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Start, Start, Start Start Und den Exporter Und da schließen wir dann wieder das Python an Das Grow Okay Wofür habe ich das jetzt eigentlich gemacht Endseeds Oh ja Dann stellen wir doch mal eben fix Endseeds her Oh und Das müssen wir auch noch herstellen Das müssen wir noch herstellen So Damit sollten wir dann Ordentlich was bekommen So So Und So 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's. Ja, so. Voll. Hattest recht, da braucht man echt dann nicht mehr drauf warten. So, ähm. So, ähm. So, ähm. So, ähm. So, ähm. So. Okay, also nehmen wir ein Pipe. Zwei von denen. So, ähm. Nice. Okay, dann ist das ja tiefenentspannt. Export, export. 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 So, ähm. 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 So. So, ähm. 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 Ja. Okay. Okay. Ja, der Uranbaum, den wir hier alle anpflanzen werden. So. Und. Ähm. Amplifier, Cinnabar Dust, Compactor, Valkyrie, Dessauber. Ah. Dessauber. Stopp. Äh. Das war im Combine. Dann bereiten wir alles für die. Oh. So. So. Äh. Advanced exporter, Advanced importer. So. Red. Und. So, ähm, ja, ich werde jetzt auch, das war jetzt mein letztes Rezept, was ich hier angelegt habe und dann werde ich auch in die Tonne hauen. Ähm, dann wünsche ich dir einen schönen Abend und gute Nacht und ich werde mich hier jetzt auch verabschieden. Ähm. Genau, also, ja, äh, ich würde sagen, dann bis morgen und, äh, hauen sie rein. Wir haben ordentlich was geschafft, bisschen abstrakt hier gebaut, aber damit können wir dann die nächsten Amplifier bauen, um unsere Produktion an Seeds noch zu erhöhen. Also, ich wünsche euch allen eine gute Nacht, schlaft schön, danke fürs Dabeisein und dann sehen wir uns morgen wieder. Ja, also, haut alle rein und morgen spielen wir Echo übrigens. Ähm, Manni ist dann wieder am Start und dann spielen wir ein Röntgen Echo. Also, gute Nacht, auf Wiedersehen und ciao. Tschau-tsau-tsau. Tschau-tsau-tsau. Tschau-tsau-tsau.